Hallöchen, Hallöchen, mal wieder eine Trainingsabfolge von mir diese Woche. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr seid schon warm gemacht worden, egal von wem, wieder von welchem Video. Packt es immer wieder zusammen, nur nochmal ein Tipp von mir. Wir starten, ihr startet in euer Modus. Okay, stell dich einfach auf, stell die Füße nach vorne, roll die Schultern nochmal am Anfang zurück. Für vier, drei, zwei, jetzt gehen die Arme rechts, links, rechts, links, raus, in eine Länge, so dass du den Bauchnabel mit dir ausatmend auch nach hinten ziehst. Deine Hand nimmt es automatisch mit. Achtung, schön groß werden, jetzt esse ich meine Haare nebenbei, ist nicht so, dass ich Hunger habe. Nochmal, vier, drei, zwei, einmal hierbleiben. Arme lässt du erstmal mitlaufen, gehen nach unten, in so eine aktive Knieboch. Tief gehen, Achtung, bleib mal hier, zieh mal, raus, mit, raus, mit. Wir haben das Ohren vorbereitet, da war es ein bisschen schneller. Hoch, mittel, hoch, mittel, raus, zieh, Arme der Länge nach, Elmeln ziehst du nach hinten. Noch vier Stück, noch vier, noch drei, noch zwei. Geh wieder eine aktive Knieboch. Tief und hoch, tief und hoch. Jetzt streckst du die Arme, auch das kennst du schon aus diversen Videos. Der Blick zieht immer nach vorne, mich in die Kamera, für euch, zu mir. Noch mal, vier, drei, zwei, eins, bleib hier unten, tief. Jetzt zieh mal den Arm von unten nach oben, genau in die andere Richtung. Zieh, zieh, noch vier. Ein, drei, zwei, Achtung, bleib mal hier, der rechts, links, Hände legst du auf, die Ohr schenken. Du beginnst mit rechts. Vier, drei, zwei, bleib in der Mitte, zieh die Arme, zieh, zieh. Elmbung gehen wieder hoch, ein Arm und weg. Noch einmal. Vier, drei, nimm gerne den Blick mit, zwei, steig wieder nach rechts. Rechts, mittel, links, mittel, rechts, mittel, links. Noch mal vier Stück. Vier, drei, zwei. Beide, deine Arme nimmst du jetzt, hältst sie hier, hoch und tief. Beug mal und halte mal den Rücken. Schön gerade. Bauchspannung, Oberklappe fest, Bauchnagel nach hinten. Vier Stück, drei Stück, zwei Stück. Achtung, deine Beine voll und tief. Tief. Das Einzige, was dich jetzt verändert hat, waren die Armebewegungen. Noch vier. Drei. Zwei. Einmal, Klepper rechts. Tief, tief. Mit links. Tief, tief. Mit rechts. Tief, tief. Mit links. Tief, tief. Mit. Äbung nach oben. Tief, tief. Mit. Wechsel. Tief, tief. Mit. Im Tempel. Rechts. Links. Du merkst, vielleicht leichte Oberschenkel. Bewegung. Norddeck. Noch vier. Drei. Zwei. Ich drehe mich mal. Bleib wieder die Arme hoch. Tief, tief. Tief, tief. Halt mal. Deine Füße. Erst mal fest am Boden, bis du anfängst. Deine Füße vom Boden. Leicht zu gehen. Nur den Bein. Hält dich fest am Boden, die Färze. Zieh dich nach oben. Und du merkst schon. Du bereitest. Wenn du magst, leichten Sprung. Mein Kameramann ist laut. Nochmal. Noch vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Bleib mal hier. Verbeuge dich. Tief. Und hoch. Schieb den Boden nach oben. Vier. Jetzt nach vorne. Vogel wieder nach unten. Du verneidest dich wieder nach vorne. Dein Vogel wieder nach unten. Verneidest dich nach vorne. Und jetzt gehst du mit deinen Händen etwas tiefer. Läufst nach vorne. Läufst zurück. Wieder hoch. Gehst wieder tief. Läufst nach vorne. Läufst zurück. Kommst nach oben. Lauf wieder nach vorne. Jetzt möchte ich, dass du hier einfach fleißigst. Hände schuld. Schließ mal die Füße. Pack die Kugel fest zusammen. Oberschenkel. Hältst du hier. Einatmen. Blick nach vorne. Unter anderem außenrecht. Noch vier. Drei. Zwei. Beginne mit deinem rechten Bein. Ranzen. Und links. Rechts. Und links. Deine Bauchspannung hältst du. Ich wunsch dir so ein bisschen. Du sollst vielleicht auch einen schönen Untergrund zu Hause tun. Nochmal zwei Stück. Einmal. Zwei. Jetzt laufen deine Hände zurück. Kommst nach oben. Und geh wieder hoch. Langsam tief. Lauf nach vorne. Und schieben. Und handschieben. Fünfmal viermal. Einmal noch. Und jetzt läufst du wieder zurück. Mach die Füße jetzt etwas weiter auf. Und komm nach oben. Mach das nochmal. Lauf nach vorne. Halte. Knie ranziehen. Ranziehen. Die Füße sind jetzt eng. Jetzt stell sie nach außen. Und lauf zurück. Okay. Bewege dich. Und klein gewinnt. Tief hin. Achtung. Ich glaube, wir haben schon fast sechs Minuten. Die letzten vier. Drei. Zwei. Einen hätte ich noch. Achtung. Jetzt zieh dich wieder. Hoch. Und tief. Hoch. Für meine Freaks. Ihr wisst, was kommt. Du kommst darauf einen schönen Sprung machen. Du kannst aber auch in dieser Bewegung bleiben. Alles deine Entscheidungen. Und du möchtest, baue dieses Video hintereinander zusammen. Ich bedanke mich bei euch. Bis bald. Eure Andrea.